Herzlich Willkommen zurück zu Golf is Friends mit der TT-Gruppe Anne, Shigo, Granz, Paolo Nils, Kundran, Liquid und Judy. Moin! Moin! Neue Maps! Als erstes spielen wir die neue Map. Kennen ja noch gar nichts. Wisst ihr schon die Meta? Also ich roll glaube ich ganz normal. Auf dem Fall um einige schwere. Nein! Wärs gut für uns. Aufkommen. Ja. Anne ist doch Profi hier. Das ist mein erstes Mal. Das ist mein erster Tag. In diesem Spiel. Habe ich zum ersten Mal gestartet heute. Golf with your friends. Auf so einer einfachen Strecke eigentlich. The fuck? Sieht einfach aus, oder? Hä? Hier gibt es einen Trick. Ist das ein Trick? Warum geht ein Kundran nach da rechts? Ich mach mal zwei. Kundran will eigentlich safe in zwei machen. Nein! Aber er riskiert es ja nicht mal, Mann. Oh, was? Zu doll. Irgendwer ist da ausgesehen gleichreich. Ich glaube immer noch, dass jemand nicht reinkommt. Das geht glaube ich einfach nicht. Ach so, man kann da... Anna hat es geschafft. Ja, aber sie ist vorbei, siehst du? Ha! Sie sind vorbei. Tingo hat es aber geschafft. Ach, hätte ich das gewusst, dass man da an der Seite... Ich dachte, man muss da unten rein. Ja, du versuchst doch dann nicht trotzdem in zwei. Das ist doch low. Ja, echt mal. Das Spiel heißt Golf with Grants. With your Grants. Dann sehen wir mal du, wie das sieht. Golf your Grants. Oder was? Nein, your Grants. Musst mir da unten rein. Ach. Muss das Video natürlich auch umbenennen. Hallo. Alle alten Videos, ey, damit die gefunden werden. Jetzt probere ich was gerade. Ey, Nils hier glaube ich nur vorletzt, ja. Oh, die Julie. Oh, Julie, das war gut. Die Idee war gut, aber... Mann, ey. ...Umsetzung, ey. Gesparten. Aber jetzt. Jetzt geht's. Satt. Komm, Julie. Jetzt hier. Ja, auf einer Seite raus. Oh! Ja, das war zu doll. Jetzt direkt. Du wunderst dich, dass dich Leute immer für betrunken oder für Gift oder für beides halten. Ich bin natürlich, Mann. Ich finde alles gut aus, dass Julie mitspielt, aber nicht mal nicht die Schlechteste. Obwohl Shigo spielt. Ich glaub, ihr hat noch jemand 14 geholt. Ich bin gut in dem Spiel. Shots fired. Ich hol's noch auf, Leute. Ich glaub wirklich, dass hier noch nicht jemand 14 geholt. Wo muss man denn hier lang? Mit voller Power? Ja. Ha. Hole in one. Oh, da war nicht schlecht. Oh, und RNG ist auch dabei. Jesus? Warte mal auf die anderen Maps, was RNG angeht. Ja, aber hier ist viel random, ey. Yay. Yay. Da kommen noch Bahnen, die der Nils mögen wird. Ich mag aber die Musik. Die ist aus The Forest geklaut, leider. Boah, wie fest hier war es immer noch nicht. 2,3. Nein. Easy going. 2,3 nach vorne. Tot. Nicht nach hinten. Nein. Da hängt man. Put safe. Nein, das war wieder zu leicht. Oh Gott. Ey, man kann da ganz oben. Nice. War leider nicht ganz gerade, ey. Oh, Mann. Ja, ich hab nochmal geguckt, ob da in dem Loch auch nichts drin ist, ne? Ja. Ja, das sollte man noch besser. Das weiß man ja nie. Das weiß man ja nie, ne? Ja, ja. Das hätt ich nicht getan an der Stelle. Brauch ich mir da noch irgendwas hol, ey. Das muss ja nie sein. Das war ein Fehler. Oh nein. Oh Gott. Ja, ich mach hier safe, Alter. Oh. Wie geht's denn? Wie viel? Eigentlich im Außenkreis einfach rum. Komm, 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 komm. Oh nein, wo geh ich denn hin? Nein. Oh, ich hasse das. Achso, ich lieg gar nicht mal so schlecht. Das war nice. Ihr liegst mega gut. Gar nicht mal so schlecht. Birdie. Nein. Birdie. Los, Juli, jetzt rüberspringen. Oh, schade. Nein. 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 Oh, nein. Nice, Juli. Nice, Juli. Oh, Tau, Tau, das war nicht so gut. Oh, Tau, Tau, das war nicht so gut. Los, rüber, Tau, Tau. Oh, ja. Nice. Oh, die Bälle bleiben da schon drin. Warst du auch vorher so? Nee, aber hier ist ja das Loch. Ganz neue Physik-Engine. Der Ball sieht ja cool aus gerade. Kann man hier auch mal irgendwie rauszoomen oder so? Hier muss man aufpassen. Hier kann man auch ewig festbacken und einfach 14 Schläge kriegen. Oh, wow. Das war natürlich auch bitter. Und wo kommen wir jetzt? Ja, komm, komm. Schau, komm, komm. Unter dir, wenn du ganz langsam links runter. So direkt links runterfallen. So mit einem Speed. Ach, komm schon. Nein. Oh mein Gott. Ja, aber mein erster ging aus der Bahn raus ganz knapp. Ach so? Oh, schade. Weil da wär ja dann das Loch höher. Ah, jetzt, ja. Oh mein Gott. Ein Speed zu wenig. Einen ganz bisschen. Schade. Ja. Da kommt gleich den ersten Platz. Unfassbar. Ja, da sieht man ja voll, wo man hinten ist. Das Glück seh ich auch alles, ey. Das ist ja auch gut, ja. Mit einem Schlag zu schaffen. Win-Ra-Din-Ra. Was? Gute Idee mit dem Baum. Oh, okay. Schade. Lol. Oh, no. Denkst du sowas aus? Okay, der war Arsch. Tschüss, Arne. Das war schlecht. Tschau, mit wohl. Das war doof. Ich übe noch, ich übe noch. Hast du das schon mal gespielt, Schigo? Was? Hast du das hier schon mal gemacht? Ja, klar. Ach so. Digo hat heimlich geübt vorher. Jeden Tag. Ich hab das noch nie gemacht. Oh, das war nicht gut. Kundran hat mega Luck gehabt, dass das überhaupt geht. Also, wer da vorne liegen bleibt mit dem ersten, der hat gewonnen. Das krieg ich nie hin. Oh! So viel dazu. Ich war oben am Loch und bin wieder rausgeflogen. Das machen wir jetzt nochmal. Moin. Mach mal das. Oben der Baum ist halt mega so flummimbasic. Ja, stimmt. Das ist ne gute Position. Oh! Kommt man auf das? Kommt man auf das? Oh, was ist das für ein Fimmi-Bohnen? Ach, verdammt! Ich geh kaputt, ey. Oh, es wird gar nicht mal angezeigt, wie der vorheriges Schlag war. Das war Custom Settings, das gab nicht. Yeah, es war echt immer. Shit! Was ist das für ein Blödsinn? Das ist gar nicht Blödsinn, Nils. Knapp 3,3 Schleeeicht Nicht an dieser hohen Kante hochgehen, Granz Siehst du die? Achso, an welcher meintest du? Ja, da wo Achso seitlich, ah Weil da ist so abgeflacht Hauptsache von Nils Oh, er läuft Es kommen auch noch mehr solcher Strecken Warum sollte der Baum so fest? Ne Was ist das für ein Gummibaum? Ja, ne? Was ist das für ein Gummistamm? Wie scheiße ist das denn? Warum schießt ihr auch mit 8? Ah, jetzt aber, ey Ah, jetzt ja Ah, liegt so gut Ja, aber da kommen noch mehr Bahnen Warum hast du das gemacht? Schieger Weil es doch immer war, ist doch scheißegal Ich verstehe das nicht Ich hätte so einen Schlag fahren können Du musst mehr in die Mitte, Anne Du fährst zu schlecht Ich verstehe das, Prinz Ja, du meinst, ich soll die vorher noch mal jetzt mehr in die Mitte Richtung Schieger und dann gerade hoch Ja, ich meine jetzt das Der Tautor hat das genau ausgerechnet Mit Geo-Dreiecks Mit Geo-Dreiecks Ne, war zu weit Ne, das geht immer noch Solange du gerade hoch kannst Out of time Joja Das war schlecht Ey, Anne, du holst mich ein hier Mein Score Welches Ding? Ja, keins leider Ich nehme irgendeine Nein, 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 nein Oh Gott, das war zu leicht Doch, das geht, das geht Was? Loin, jetzt hat Holden One Jo Oh, das war zu weit Was, wo bin ich denn hier? Oh, warte, ich war zu fest Das ist ja natürlich schlecht Das war nicht weit genug Das war sehr gut Ja, normalerweise kannst du mit einem Schlag zumindest rüberkommen Bin ich hier richtig? Aber Du musst sozusagen, genau da, wo jetzt Anne gegengeschlagen hat Gegengegenfester Kannst du rüberkommen, Uwe Ja Ich hab den nicht richtig erwischt Ah, okay Bestimmt gibt's dir aber auch wieder irgendwie so ein Dingens, das du genau mit einem schaffst Kann man nur so unlucky sein Okay, das schaffe ich Dabei ist aber mein erster Tag heute Du musst nur da runter, Juli Oh, das war so Oh, das war so Ist das hart? Du darfst jetzt vom Seniorenabschlag Langsamer, Juli Langsamer Okay, okay Eigentlich darf ich hier zehn Meter nach vorne Hey Ja, zu früh gedacht Alles geplant Die ist auch mega kacke Was ist denn das Loch? Noch gar nicht in Sichtweite Lol Liquid, was machst du da? Ah, verdammt Und jetzt kommt diese blöde Stelle, wo du irgendwie Lack haben Schönes Wasser Lack ist gut Lack ist gut Lack ist gut Zwei Was? Ich bin im Wasser, aber okay Ich steck fest Wir können springen Was? Ne, kann ich nicht Liquid Neun Oh mein Gott, ich bin abgetrieben Scheiße, ich bin den falschen Weg gegangen Was? Du auch mit linker Maustaste und nicht mit Leertaste Ich geh zum nächsten Lab schonmal, ne? Tschüss Jetzt linke Maustaste, solange du Motor hast Ey, drei Schläge für den Eimer Diest du Oh! Hier geradeaus über die Rampe Double Boogie Richtig schlecht Nice Wie viele Schläge waren das jetzt? So, Shigo jetzt So, analysieren wir das mal Was macht sie? Einfach über die Rampe Wichtig ist halt, dass sie rüber kommen Einfach die Seisereien lassen? Oder doch? Drei Oh, like it Oh, nice Kann man dann auch mit zwei Na klar What? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist welches jetzt hier? Gibt kein richtiges Dardo ist nach links gegangen Ich geh auch nach links Du musst versuchen, mehrere Löcher mit einem Schlag zu schnappen Nein, was ist das denn? Ich? Yes, yes Nein, Shigo hat's geschafft Welcher Sadist denkt sich sowas aus? Nein, ich hab recht Oh mein Gott Geile Ovatko Ja Ernst Sir Lucky Lot, ey Allein schon vier Schläge gebraucht, nur um runter zu kommen Ja, ich auch Was ist das denn für ne Physik? Welche Physik? Also ich dachte, jetzt fahr ich daneben Miese Miese Und dann noch durchs Loch Durch die, durch die coole Gerunde Geile Aufereichtung Oh, oh oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Zwei Kack Yep Die haben die umgebaut, ne? Die haben die jetzt nochmal umgebaut Mit dem letzten Update Ja, du kannst, du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr gerade durch Das sieht man schon von oben, ne? Nein Ja, 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 nein RNG wird auf dieser Bahn Ey komm ey, da kann ich ja gleich auf den Yarmark gehen und hilft das Werfen Komm schon Easy Wir haben die echt mit einem Patch nochmal umgebaut Da gab es einen offensichtlichen Weg einfach durch die Mitte Oh das kann doch nicht wahr sein Ha! Wirklich Du musst mit vier über das Holz rüber Hinten gegen den Baum und dann Immerhin Der geht Den muss man eigentlich machen Ja gut Sagte Grants der exakt genauso geschlagen hat Ey Ich hab das genau gesehen Das war exakt gleich Das sieht klasse aus Das sieht easy aus finde ich Lol Ups Nein, ach komm schon Oh, guckt euch den Grants an Wie sind wir jetzt? Oh komm, ich lieg noch beschissener, Mecca nicht Niiiice, der Birdie Boah mit zwei, das war ein Flash Was? Was ist denn vor der Rampe? Ah, ja die Rampe ist es eigentlich nicht Irgendwann ist grad durch die Bande gefetzt Ja, ich war das Wie denn das? Was? War zu doll Vielleicht ist das ja nur ne Fake Bande Wenn man dagegen schlägt wird man... Naaay! Pundran er schlieden sich hier die Points Okay, den kann ich, den kann ich Ach du in der Kacke Wurst Aber egal, aber ich lieg gar nicht so schlecht. Ich lieg ganz gut eigentlich. Oh shit! Ich bin an so ne scheiß Kante gekommen, die es nicht gibt. Ich lieg richtig beschissen. Der Birdie! Ich fiele mit dir, ne? Ich bin irgendwie so rumgebackt. Bird is a word. Bird is a word. Da, wo ich grad war, am ersten Schlag. Grundrad, wenn du nicht leuchtest, bringt's auch nix. Ja eben, er leuchtet ja, er hat so nen Kackbrauen. Achso. Oh, was? Nein, was ist schon bei Liquid passiert? Oh Gott. Hä, warum was mit mir passiert? Bei mir sah es, als ob du drin warst und dann wieder raus bist. Jaja, ich bin halt auch durchs Loch, also gerade durchs Loch. Auf durch die Mitte. Gut gemacht, Nils. Ich hab aber beim ersten Mal eine Wand verloren. Ja, bevor ausverkauft ist. Oh ja, ich bin zuerst. Nein! Ja! Bei mir war schon ausverkauft. Ja, bei mir auch. Versteh ich nicht. Ich würde mir durchgeboostet oder was. Aber wie soll man jetzt hier rüber? Über die Rampe, eventuell? Ja, aber mit der Speed. Das ist zu krass für Nils, über die Rampe. Ah! Wee! Bäh! Ach! Ja, geil! Zweimal über den weißen Rand gerollt sind wieder. Stopp im Weg. Du musst ja auch rein. Ja, echt? Also, über den weißen Rand zu rollen, bringt dir nichts. Das hab ich auch gemerkt. Ja, scheinbar nicht, wenn du's zweimal machst. Oh, was? Verdammenslöchle, komm! Das ist nur ein Schlag. Cheat is real bei Juni. Das war mit einem Schlag rüber und dann... Ja, ihr wird's gecheatet. Geh ab. Das war nicht gut. Die armen Schiege irgendwie. Gut, dass Jun so schlecht ist. Ja. Oh, nein. Aber du bist ja bei mir, Anne. Also, ist alles gut? Ja, ich bin ein bisschen besser geworden. Nein! Ja! Wo musst du denn hier hin? Auf die andere Seite des Daches. Ey, links ist ja viel besser, oder? Schiege, wo kommst du da durch? Nee, da ist einfach aus. Einfach viel schlechter. Was ist denn jetzt los? Ach. Bei der Rückwand hab ich aber das Gefühl, du prallst in einem anderen Winkel ab, als in dem du reingekommen bist. Ich komm noch nicht rüber, es geht nicht. Oh Gott, nein, 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 nein. Dalu blockiert den Eingang. In's Löffle! Wir sind aus dem falschen Block raus. Ich hätte aber da lieb bleiben sollen. Ah! Jetzt hab ich Dalu den Sieg geschenkt. Oh, Nils wär auch fast mega witzig rübergekommen, ey. Ja, ne, ne. Yes. Okay, Anne, geht das schnell aus. Nein, 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 nein. Oh, der winkt über mich. Taubt, man drückt sich auch vor. Ich fass es nicht. Julie haut einmal unten um den Block rum. Eine Rundfahr. Um den Block weiter ist cool. Wagen 1 schiebt sich an Wagen 2 vorbei. Ja, genau. Wo kommen wir jetzt hin? Das hab ich mich aber auch grad gefragt. Wann er wieder hochschlagen kann? Ne. Bestimmt. Probier mal einer. Ja, da ist noch was, Anne. Ja, das hab ich nicht gesehen durch den Baumstamm durch. Eine neue Runde jetzt. Wer hat die Map hier verbrochen? Warum durften wir keine Maps verbrechen? Warum durften wir nicht verbrechen? Madhouse Games. Das ist, das ist einfach von den Entwicklern. Oder wahrscheinlich Matthäus, oder? Ja, genau. Ja. Matthäus. Ey, wunderbar. The fuck. Matthäus Games. Ach, man muss ins Wasser, okay. Ja, aber du musst halt untertauchen. Ach, dann hier unter dem Ding durch, oder was? Oh, läuft. Ja. Uh. Oh. Hä? Was? Ich wurde an den Start zurückgesetzt, obwohl ich überhaupt nicht raus war. Hier unten dauert's ein bisschen. Die Bahn kostet viel Zeit. Man soll mit Banks rechnen. Die Bahn kostet viel Zeit, weil ihr müsst warten, bis ihr an der Startlinie seid. Nein. Erst dann könnt ihr losfahren. Das war mega strange. Einfach zurückgesetzt, obwohl ich schon in der Bahn war. Nein, 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 nein. Ach du Kacke, Mann. Und... Oh, da stehen sie einfach. Ah ne, ich roll schnell, ich roll schnell. Oh. Oh, Dude. Hier kommt alle nochmal. Furchtbar. Ich kann nicht mehr schlagen. Oh, das gibt's nicht. Wann darf ich denn wieder schlagen? Ich komm hier die ganze Zeit. Wenn du an der Startlinie bist, Gramps. Wenn du an der Startlinie bist? Jetzt darfst du. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du. Da siehst du noch die Linie. Ach nee. Du musst immer warten, bist du wieder dahin gegangen. Nein, nicht Illich. Aber diesmal geht's schnell wenigstens. Ach der... Oh. Da ist die Startlinie. Aber da darf geschlagen werden. Oh. Nein. Ach, Tau, Tau. Tau, Tau. Bitte. Oh, nein. Doch, doch. Ist doch gut. So, und am jetzt ist eh Lack am Ende. Ach, Tau. Ohne auch keinen Lack. Ne, die letzte ist einfach Lack. Oh ja. Dann mach ich die mit einem. Ich geh nicht. Die mit einem hab ich. Mal scheinen. Zack, einmal rein. Hä? Müssen wir den Wasser machen? Ich bin nach oben geflogen. Vor allem, woher soll man denn wissen, was man hier machen soll? Nein. Gar nicht. Neulich hab's was geschafft. Hä? Ich bin in so'n Auto reingefallen. Also das gibt's nicht. Auto, gell? Was für... Ich schaff das jedes Mal, dass ich einfach direkt aufs Loch schlagen kann. Also safe. Jedes Mal. Pfff. Zwei. Easy. Lol, Dalu. Ich hab leider den zweiten verkackt. Ich seh nichts, bei mir sind nur Steine im Weg. Du musst... Warte, ich muss mal irgendeinem zugucken, der jetzt am Loch am Start liegt. Ach nee. Wer liegt denn da noch am Start? Dalu. Jesus kommt und holt. Nein, natürlich. Nein, natürlich. Wo? Ja, sch. Ach Mensch. Wenn du am Anfang da von den rechten Baum stemmst... Ey, das... Brent ist voll überfahren. Ja, das war richtig... Ah, das ist der Liquid noch gar nicht. Weil der Liquid cheater. Jetzt kommt der beste Move. Oh. Der war krass. Wie bei Oasis, die letzte, die man ja auch hat. Oh. Er lacht dann noch an. Nein! Schiho! Yes! Und überfahren und... Die tritt sich fest. Und jetzt liegst du auch noch schlecht. Wow. Völlig losgelöst. Einfach nur wow. Immerhin hinter den Pros direkt. Kann ich mit leben. So. Wollt ihr will? Lass Schiho doch noch zu Ende spielen. Ja. Ich hab euch gesagt, passiert was. Mach schon mal weg. Mach schon mal weg. Leute, wenn es euch freut, lasst ein Like da. Schaut bei allen vorbei. Wir werden die anderen Strecken auch noch mal spielen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.